oida was geht ab leute ich habe im video gestern die pokémon gezeigt die mir noch fehlen die ich noch brauche heute zeige ich euch meine pokémon die ich habe viele haben danach gefragt warum zeigt mal alle deine gemaxen 100er der gemaxen pokémon ich habe ja nicht nur 100er gemax das werden wir heute machen ich zeige euch alle meine gemaxen pokémon von gen 1 oder alle pokémon von gen 1 die ich gerade im beutel habe sprich auch alle shinies einfach alles rein zufällig hat spiele trennt das auch gerade hochgeladen hat einfach alle seine pokémon gezeigt 50 minuten eine stunde klasse sache sage ich erst mal nur gen 1 und das ist so die gen wo ich am meisten gepusht habe hier ist ja ein ziel von mir ist es jedes pokémon einmal auf max zu pushen in der bestmöglichen form sprich wenn ich keine hunderte davon auch dann halt 98 oder 96 und wir fangen direkt an weil das könnte länger dauern denn 1 hat er die meisten pokémon nummer hier haben wir erstmal dieser sahen okay dieser floor ich habe einen 100 auf max gefällt auf attacken technisch habe ich nicht bei allen die optimale attacke also falls euch irgendwas auffällt könnt ihr das gerne ohne kommentare schreiben dann werde ich das irgendwann mal ändern ein schein die max vom cd 96 prozent dann hier paar alte genomen aus den alten zeiten aber wirklich gut sind die nicht auch gemacht nicht aber relativ hoch gepusht habe ich noch 200 am start mit dass jeder tag aber er hatte noch kein grund die zu maxen 100 max ohne sie der attacke und anscheinend mit dass sie der attacke aber technischen natürlich nicht so toll so dann haben wir tut doch ich habe hier noch paar hunderte am start oder ein aus der quest oder so ich hatte eigentlich von merkel also auch dieser floor oder über oder gemanda merkel 100 aber ich habe auch schon ein paar weggeschmissen ja aber so war es leider das heißt leider an sich bräuchte ja eigentlich auch gar nicht aber da haben wir ein hunderter max ohne sie der attacke ich habe genau die drei starter ich habe leider alle drei starke gemacht bevor der erste cd angekündigt wurde schlechtes timing noch ein schein aber nur 87 prozent und sonnenbrille 100 max smedbo und schein ist mit brauche ich mal bekommen der wird aber nicht gemacht 100 max wie vor wie gesagt attackentechnisch könnt ihr gerne unten in den kommentaren schreiben unter der max taubos büste gehen raus an schilling an lola ratfratz fehlt mir noch mein bestes 390 ich denke ich krieg da noch ein besseres wenn ich da irgendein lucky vielleicht radikal 100 prozent max iwittac 100 prozent max rettern halt noch nicht gemacht ich hatte mal vor so ein team rocket thema zu machen und dann da smogmog mauzi und abok zu maxen aber habe ich noch nicht gemacht die karte habe ich auch noch nicht gemacht aber hier seht ihr die verschiedenen pikachu die ich habe ich hatte mal eine pikachu mützen hunderter sammlung bis die maps tot waren und dann hatte ich zum beispiel von dem nur noch 98 und von denen mit der dieser cap nur sowas aber naja sandama 100 prozent max an oder sandama habe ich aber noch nicht gemacht ich werde wahrscheinlich irgendwann mal eine alola edition machen wo ich alle alolas maxen werde nido queen 100 max habe ich am start genauso wie nido king habe ich beide irgendwann mal zusammen gemacht pp love lines und hat noch nicht gemacht wie es ein anderes hunderter mal geflohen das hätte mir eine menge staub gespart aber ja jetzt muss ich den level 1 irgendwann mal maxen wohl px 100 noch nicht gemacht auch da noch kein thema keine möglichkeit kein timing gefunden für den alola noch nichts gutes am start 91 bis 93 ist ist okay hunderter pummelow bzw knullow auch den noch nicht gemacht werde ich wahrscheinlich zusammen mit pixie machen die passen ja an sich auch gut zusammen golbert beziehungsweise expert hat doch noch nicht gemacht aber wenn dann wäre das e4 gen 2 die floor habe ich auch noch nicht gemacht ja keine ahnung ist halt noch nie passiert wenn dann wahrscheinlich mit sazene zusammen wobei sazene wäre auch team rocket mäßig aber egal parasekt gemax 100 prozent wo mord habe ich auch mal gemacht zusammen mit bieber und smedbo dick da habe ich noch nicht gemacht und an oder liegt auch nicht da habe ich aber nur 93 bis 96 genau die unbekannt ist mein maut 100 prozent das war mein allererster hunderter halloween 2016 und an oder maut 100 200 gebrüttet es von hessen keine ahnung wenn wir den gebracht hat aber danke enter 100 prozent max mein zweiter hunderter dann manki oder gar sagt bisher noch kein hunderter bekommen immer welche knapp verpasst also ich weiß noch einmal wir haben richtig auf leider und es kam einfach nichts rein wir wollten aufhören und jeder noch so wie er kommt ein bisschen noch wir haben so ein gefühl da kommt noch was aber dann haben wir aufgegeben und genau wo wir ausgestiegen sind ist er noch reingekommen ja aber nicht mehr für uns er kann die 100 max 100 max quatsch auch natürlich aber den seht ihr in den gen 2 video simsala 100 max auch da hatte ich viel ich hatte 67 aber aber ich habe jetzt nur noch zwei machen habe ich natürlich eine menge ich habe kein sechster team beziehungsweise ich habe eins aber nicht alle auf max ich habe drei gemacht und drei schlechte dann habe ich hier noch zwei und dann hier irgendwo kann ich noch mal einen entwickeln also 2 kann ich sogar entwickeln wobei der nicht mal mehr ein stern der ist bereit zum tauschen sogar weil irgendwann ist auch irgendwann ist einfach schluss seit zehn jahr mein erstes lucky max er nicht max weil er sagt 100 wird aber noch gemacht der doxa 100 max kleinstein 100 max habe ich ein paar an oder kleinstein habe ich ein 96er sogar zwei die werden irgendwann gewachsen wenn nichts besseres bis dahin kommt punita 96 max nur leider aber die 100er immer verpasst und ja nie was besseres gefangen nie in 98 gefangen lamos 100 max max magnetilo beziehungsweise magneton 100 wird gefangen nachdem die maps tot waren aber ja ich warte noch bis er sich entwickeln kann momentan max das war so leidend das war ja das event wo der für zwei tage da war oder so und ich hatte einfach ein band ich konnte keine pokémon erfahren weil die woche habe ich so viel gezockt und ja die ersten paar hunderte verpasst weil ich konnte die gar nicht fangen die werden sofort geflohen also war echt leid dass ich den überhaupt noch bekommen also der hunderte ist reingekommen ich bin dahin gefahren und ich war mir nicht sicher ob ich ihn fangen kann weil ich hatte ja das limit erreicht für überfänge ich werfe so den ball und habe gebetet dass er drin bleibt und zum glück war der band vorbei dodri ich glaube max 100 prozent max yugong auch hatte mal so ein wasser thema wo ich einfach alle gen 1 wasser pokémon gemakzt habe slime habe ich 3 98er alola die werden also einer wird irgendwann gemakzt slime mock habe ich aber schon gemakzt 100 austausch auch gehört ja zu diesem wasser thema ganger natürlich wobei der ist noch nicht ganz max das können wir jetzt machen für damalige verhältnisse war ja max also seitdem kann man ja zweimal mehr pushen so jetzt ist er max kann aber leider nur hex ich habe einen der kann duke glaube aber der ist natürlich nicht 100 leider ohnex hätte ich auch am start aber ist ein status gewonnen hypno halloween event gemakzt 100 prozent kingler wasser wie gesagt habe ich mal alle gemakzt 100 prozent max der kann wahrscheinlich nicht die richtigen attacken kokowai 100 prozent nicht max das haben auch paar letztens bemerkt in dem video wo ich meine besten pokémon gezeigt habe weil wie gesagt zweimal kann man den noch pushen so leute für euch jetzt ist der max wollte 100 aber noch nie irgendwie gemacht gab noch kein event wo ich den hätte maxen können alola kokowai mein bestes leider nur 87 da brauche ich auf jeden fall noch was besseres knogger 100 gegen max shiny ne nicht shiny alola knogger ich habe noch kein shiny alola knogger aber alola knogger 96 ich habe hier normales shiny knogger aber hier gelohnt kickley 100 wird natürlich irgendwann gemakzt nokchan 96 lucky damit bin ich zufrieden wird auch gemakzt schlürt habe ich noch nicht gemakzt aber ist ja jetzt ein wo wir heißen der entwicklung von schlürt einfach wie gesagt smockmong noch nicht bezüglich team rocket thema geht es daraus natürlich aber ist ja ein überraschender weise auch noch kein heterger das seht ihr dann in dem gen 2 video ich meine ich habe ein paar hunderter aber ja es ist irgendwie noch nie passiert dass ich den gemakzt habe oder gebraucht habe ich habe 96 damals gemakzt weil ich dachte ich kriege keinen hunderter mehr als bestrafung als opfergabe sozusagen aber da habe ich doch noch ein paar hunderter bekommen die sind aber noch nicht gemakzt gab bisher noch keinen grund golding 100 max starmi 100 max pantimos 100 max und von den pantimos 100 hatte ich echt ne menge aber wozu als dann das mit tauschen angekündigt wurde und das allwies nicht bleiben habe ich glaube ich alle weggeschmissen rosana 100 max magma oder mark brand ist max aber nur ein 98er aber das seht ihr dann im gen 4 video pinzi 100 max natürlich leider knapp unter 3000 taugos ein 93er lucky grüße gehen raus an mio genau einer meiner mods hat sie mir getauscht in erfurt bei der mac aber ja 93 ich bin zufrieden wird auf jeden fall gemakzt alter ihr wisst gar nicht wie viele hunderter kaperdor und garot es ich hatte aber da habe ich auch schon viele getauscht weil die sind ja relativ alt und ja für meine lucky sammlung habe ich die geopfert aber an sich brauche ich auch nicht so viele von denen 98er labras ich habe 200er verpasst also es kam 200er in münchen einen habe ich auf jeden fall verpasst den anderen naja wie man es nimmt man kann ja nicht immer und überall bereit sein aber ja ein 98er ich bin zufrieden muss ich immer 100 sein ich habe mich damit abgefunden ich habe 100er ditto aber nur level 1 ich weiß nicht ob ich den maxen will level 1 ist so leiden aber dafür habe ich einen zwischen 93 und 96er lucky ditto vielleicht wird der mal irgendwann gemakst viele evolis am start man weiß ja nie was passiert wie viele neue evoli-entwicklungen da noch kommen in der zukunft meine ich jetzt aber auf jeden fall habe ich ein aquana max 100 prozent ein blitzer max 100 prozent ein flammager max 100 prozent polygon habe ich weiterentwickelt zu polygon z natürlich ist max amoroso max 100 prozent kaputops max 100 prozent 100 prozent 100 prozent max aus dem raid und dann habe ich sogar noch einen gebrütet und dann ein 98er lucky und einen shiny habe ich auch relaxo kein einziger von denen ist gut aber ihr wisst ja wenn nicht check das video auf ich habe 100er mamfaxo gebrütet der wird niemals zu relaxo entwickelt relaxo und ich sind keine guten Freunde und man fragt so der wird gemakst actos 98 prozent max aber ich habe sogar 2 98er aber ja 2 brauche ich gar nicht 96er zapdos max ist ok und 98er lauer das max draguern hunderter nicht max aber ich habe einen hunderter der ist hier irgendwo nie gemakst nie gebraucht ich hatte oh wir reden schon so lang Bildschirm schon noch geht an ich hatte schon den hier halt max und dann habe ich den halt fast max deswegen habe ich den hunderter nie gebraucht könnte ich jetzt vielleicht machen für parker rates aber ja schauen wir mal und dann habe ich natürlich meine 200 prozent youtube 2275 aus den x-rays ihr wisst es ihr wart dabei zumindest bei einem den anderen habe ich dann nur noch eingeblendet weil der kam so spontan damit habe ich gar nicht gerechnet Kamera war nicht an nur Bildschirmschoner nicht Bildschirmschoner Bildschirmschoner Bildschirmaufnahme und Mew max aber sehr schlechter IV ja das waren alle meine gen 1 pokémon alle meine gemaksten pokémon und auch alle meine shinies aus gen 1 und alle die ich gerade im Beutel habe an sich wenn ich so nachdenke so grob weiß ich unter 10 die noch gemakst werden müssen also echt nicht mehr viel und gen 1 ist einfach abgehakt ja normalerweise habe ich immer eine Frage aber mir fällt gar nichts ein viele leute haben danach gefragt wie gesagt halb 2 und 3 und 4 werden noch kommen wobei 4 und 3 ist natürlich sehr schwach 2 ist noch ganz gut aber da muss auch noch mehr gemakst werden also das ist so wie ein Kunstwerk ich will es noch nicht zeigen deswegen hat es sich auch so lange hinausgezögert ich will es noch nicht zeigen solange es halt noch nicht vollständig ist aber naja das war es von mir Leute wie immer liken, subscriben, kommentieren checkt die Analyse ab folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter checkt den Shop ab vergesst nicht Pokémon is serious business b